Nishtasana, die Stellung des Gipfels oder auch die Stellung der Festigkeit. Ananta zeigt, wie es geht. Nishtasana kann bezeichnet den Lotus oder kann auch bezeichnet den Siddhasana. Zum Lotus gibst du einen Fuß auf einen Oberschenkel, den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel. Dann gibst du die Hände auf die Knie in Chinmudra, Handflächen nach oben. So kannst du dich fühlen wie ein Nishtar, wie ein Gipfel. Auch ein Berg ist unten weit und oben spitz und so bist du gut verankert im Irdischen und dein Kopf und dein Bewusstsein geht hoch zum Höchsten. Nishtasana ist die Stellung von Nishtar. Nishtar heißt Grundlage, Festigkeit, Glaube, Hingabe, aber eben auch Vollendung. Zum Beispiel gibt es den Brahmanishtar, derjenige, der in Brahman verankert ist. Wenn du also im Lotus sitzt, meditierst, kannst du vorstellen, dass du wie ein Brahmanishtar wirst. Ein zweites Asana, das als Nishtasana bezeichnet werden kann, ist Siddhasana. Eine Verse zwischen Geschlechtsorgane und Anus unter dem Kandapunkt, die andere Verse an das Schambein. Siddha ist der Vollkommene, Siddhasana, die Stellung des Vollkommenen und daher auch Nishtasana, die Stellung von Nishtar, von jemandem, der den Gipfel erreicht hat oder eben auch die Abkürzung für Brahmanishtasana, die Stellung desjenigen, der in Brahman gefestigt ist. Mehr Informationen zu diesem Asana und allen anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de